Hallo, ich bin der Alex von Salomon und ich werde euch heute den Salomon Dialog erklären. Der Dialog ist ein mittelharter Boot, ausgestattet mit einem Response Liner für extra Stabilität. Er kommt mit dem Salomon Fit-to-Ride System, was für direkten Komfort beim Fahren, der aber über die ganze Saison anhält. Garantiert. Der Boot hat, wie man hier sieht, eine Gummikappe vorne, die dafür sorgt, dass die Toe Box stabil bleibt. Und hier, wie man sieht, eben mit Doppelbohr ausgestattet. Und dazu gibt's noch hier drinnen den Precision Harness, damit die Ferse auch optimalen Hand hat. Der Boot ist für alle, die gerne einen etwas stabileren, etwas härteren Boot haben, perfekt. Und lässt sich eigentlich in jedem Terrain und auch in jedem Fahrerlevel gut verwenden. Beide ich an den Boden. Schrauben! Vielen Dank.